Lektion 41. Familie besuchen Judy, dein Auto ist wirklich schön. Danke, das Auto ihrer Frau ist viel besser als meines, und es ist neu. Wo gehst du hin? Wir besuchen meine Schwester in der Stadt. Ich wusste nicht, dass deine Schwester in der Stadt lebt, wann ist sie dorthin gezogen? Vor etwa einem Jahr. Sie lebt in einer Wohnung in der 3RD Street, gegenüber der öffentlichen Bibliothek. Ich verstehe. Es ist jetzt fast 17 Uhr. Glauben Sie nicht, dass es viel Verkehr geben wird? Oh, wir fahren nicht. Wir werden die U-Bahn nehmen. Die U-Bahn braucht nur etwa 20 Minuten. Ja, aber um diese Zeit kann es sehr voll werden. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit, also habe ich mich daran gewöhnt. Wohnt deine Mutter nicht in der Stadt? Ja, sie lebt dort seit ungefähr 10 Jahren. Ich erinnere mich, als sie dorthin zog. Wohnungen waren damals viel billiger. Ich weiß, was du meinst. Es ist schwer, jetzt etwas Vernünftiges zu finden. Sich amüsieren. Wenn Sie das nächste Mal Zeit haben, rufen Sie mich an und wir gehen Poker spielen. Bis später. Lektion 42 Das Essen schmeckt gut. Wie gefällt dir das Essen? Es schmeckt wirklich toll. Hast du es gekocht? Ja, ich habe es heute Nachmittag gemacht. Hätten Sie gerne etwas mehr? Okay. Nur ein bisschen. Ich bin wirklich satt. Oh, möchtest du stattdessen eine Suppe? Welche Art ist es? Tomaten und Reis. Hattest du das schon mal? Nein, das ist mein erstes Mal. Wie schmeckt es? Es ist gut. Versuchen Sie es. Was denken Sie? Wow, es ist gut. Hast du das auch gemacht? Ja. Du bist ein wirklich guter Koch. Danke. Das nächste Mal mache ich Hühnersuppe für uns. Das hört sich gut an. Hast du Kochen in der Schule gelernt? Nein, ich habe es selbst gelernt. Ich habe ein gutes Kochbuch, das ich lese, wenn ich Zeit habe. Toll, dass du so ein tolles Kochbuch hast. Lektion 43 Einem Freund beim Umzug helfen Kelly, hilfst du mir, diese Sachen zum Auto zu bringen? Okay. In welches Auto soll ich sie einbauen? Bring sie zum Auto meiner Frau. Welche ist ihre? Der weiße vor dem roten Motorrad. Was soll ich zuerst nehmen? Der Stuhl da drüben, aber bitte seien Sie vorsichtig damit. Es war ein Geschenk meiner Schwiegermutter. Keine Sorge. Ich werde es nicht fallen lassen. Wow, es ist wirklich schwer. Ich glaube nicht, dass ich es alleine bewegen kann. Lass mich dir damit helfen. Ich will nicht, dass du dir den Rücken verletzt. Wo nimmst du all das Zeug hin? Habe ich es dir nicht gesagt? Wir ziehen nach Florida? Du ziehst jetzt um? Ich wusste, dass du umziehst. Aber ich dachte, du würdest nächsten Monat umziehen. Ja, das stimmt. Aber meine Frau hat neulich im Internet eine neue Wohnung gefunden und sie möchte sofort ausziehen. Das ist gut. Lektion 44 Urlaubsbilder anschauen Jim, ich habe gehört, du hast eine Reise nach San Diego gemacht. Ist das richtig? Ja, ich bin erst heute Morgen zurückgekommen. Das klingt wirklich nett. Was hast du dort gemacht? Nun, wir waren nur drei Tage dort. Also haben wir nicht allzu viel gemacht. Wir gingen einkaufen und ein paar Mal essen. Abends spazierten wir mit ein paar Freunden durch die Stadt. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Ja, ich habe sie bei mir. Willst du sie dir ansehen? Klar. Ich schaue mir gerne Fotos an. Dieses ist von meiner Frau und mir am Strand. Und dieses ist unsere Tochter Emily, die neben meiner Frau steht. Ihre Tochter sieht aus wie ihre Mutter. Pause. 1.0. Voice. Monika. Ich weiß, die sehen sich sehr ähnlich. Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Das wurde am Bahnhof vor unserer Abreise aufgenommen. Hatten Sie Zeit, in den Zoo zu gehen? Nein, diesmal nicht. Wir waren letztes Mal dort. Es sieht so aus, als hättet ihr alle eine schöne Zeit gehabt. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Lektion 45. Ich bin Student. Helen, was machst du beruflich? Ich bin immer noch ein Student. Auf welche Schule gehst du? Boston Universität. Das ist eine gute Schule. Was studierst du? Ich studiere Englisch, Mathematik und Geschichte. Mein Hauptfach ist Englisch. Wie lange hast du Englisch gelernt? Mehr als sechs Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja, ich habe angefangen, Englisch zu lernen, als ich in der Highschool war. Kein Wunder, dass ihr Englisch so gut ist. Eigentlich ist es nicht so gut. Ich kann lesen, aber ich kann nicht sehr gut sprechen. Ich hatte nicht viele Gelegenheiten zum Üben. Ich verstehe. Der Austausch mit anderen Menschen ist sehr wichtig. Ja, aber ich habe noch nicht viele Freunde hier. Ich gebe heute Abend eine Party in meiner Wohnung. Sie sollten kommen. Oh, danke für die Einladung. Ich komme gerne. Lektion 46. Blumen bestellen. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ich möchte Blumen bestellen. Für wen sind die? Sie sind für meine Frau. Ihr Name ist Samantha. Was für Blumen möchtest du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht viel über Blumen. Könnt ihr etwas empfehlen? Warum schickst du ihr Blumen? Heute ist ihr Geburtstag und sie hat mir gesagt, sie möchte, dass ich ihr Blumen kaufe. Weißt du, welche Art von Blumen sie mag? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich sollte das wissen. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Nun, sie sind für deine Frau, also denke ich, du solltest ihr Rosen schenken. Rosen werden in Ordnung sein. Welche Farbe? Rot fände ich schön. Möchten Sie sie abholen oder sollen wir sie liefern? Können Sie sie bitte liefern? Wie ist die Adresse? 241 Hauptstraße. In Ordnung. Sie sind innerhalb von zwei Stunden da. Das ist ein fantastischer Service. Dankeschön. Lektion 47. Eine Nachricht hinterlassen. Hallo? Hi. Ist Heather da? Bitte? Tut mir leid. Ich glaube, sie haben die falsche Nummer. Ist das 617 228 2289? Ja. Wen suchst du nochmal? Heather Johnson. Oh. Ich dachte, du hättest Laura gesagt. Das tut mir leid. Das ist die richtige Nummer. Aber Heather ist gerade nicht hier. Weißt du, wo sie hingegangen ist? Sie ging in den Laden, um Lebensmittel zu kaufen. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja. Würden Sie ihr bitte sagen, dass Eric Martin angerufen hat? Hallo Eric. Das ist Ihre Mitbewohnerin Kathy. Ich habe dich vor ein paar Monaten auf der Weihnachtsfeier kennengelernt. Oh ja. Wie geht es dir? Gut. Heather wird in etwa 20 Minuten zurück sein. Ich werde ihr sagen, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Tschüss. Lektion 48 Über das Wetter sprechen Hallo. Hallo Joe. Hier ist Tina. Hallo Tina. Wie ist das Wetter dort heute? Es ist sehr kalt. Es schneite den ganzen Tag und die Schulen schlossen früh. Wie ist die Temperatur? Es sind jetzt 30 Grad. Heute Morgen war es noch kälter. Hast du schon gehört, wie das Wetter morgen wird? Ich habe etwas früher die Nachrichten geschaut. Sie sagten, dass es morgen wahrscheinlich schneien wird. Ich mag den Winter überhaupt nicht. Ich wünschte, es wäre Sommer. Ich auch. Wie ist das Wetter bei dir? Es ist nicht so schlimm, aber es ist auch ziemlich kalt hier. Es war heute ungefähr 45 und es hat heute Nachmittag geregnet. Ich habe gehört, dass es morgen etwas wärmer sein wird. Lektion 49 Pläne machen Es ist schon fast Weihnachten. Was machst du dieses Wochenende? Nichts Besonderes. Funktioniert nur. Warum fragst du? Nun, ich habe meine Weihnachtseinkäufe immer noch nicht beendet. Willst du dieses Wochenende mit mir einkaufen gehen? Ich würde gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich kann. Die Arbeit war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Warum gehen wir nicht stattdessen am Freitag? Freitag ist nicht gut. Ich denke, die Läden werden sehr voll sein und ich muss arbeiten. Okay. Dann versuchen wir es dieses Wochenende. Ich sollte wissen, ob ich bis Freitag gehen kann. Ist es in Ordnung, wenn ich dich dann anrufe? Ja, das ist gut. Was ist deine Nummer? 233-331-8828 Lassen Sie mich Ihnen auch meine E-Mail-Adresse geben. Es ist henry at gmail.com Okay. Ich werde bald mit dir sprechen. Lektion 50 Einen Freund treffen Hallo Anni. Bist du schon da? Ja, Ellen. Ich bin gerade aus der U-Bahn gestiegen. Ich bin fast da. Entschuldigung. Ich bin zu spät. Das ist kein Problem. Ich wollte dir nur sagen, dass ich drinnen bin. Wo bist du? Im zweiten Stock. Soll ich in den zweiten Stock kommen oder willst du in den ersten Stock kommen? Komm nach oben. Was? Oh. Kannst du mich gut hören? Ich sagte, komm in den zweiten Stock. Oh. Okay. Was machst du da? Ich schaue mir nur ein paar Bücher an, wie man Englisch lernt. Willst du später etwas essen? Nein. Ich bin noch satt vom Abendessen. Was möchten Sie tun? Ich weiß es nicht genau. Wenn du hier bist, werden wir darüber reden. Okay. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020